so leute also alles ganz easy ja der chef war jetzt hier schön einkaufen alles ordentlich besorgt hier eine waldbauern säge stil ms 271 stilhelm alles nur das beste kanister ja alles vom feinsten ja so geht das hier so und damit packen jetzt richtig an ich war jetzt nach hause im cabrio und dann werde ich eine äsche zerlegen also einen riesengroßen stamm zersägen und nochmal leute das ist eben das ist eben echtes leben ja das ist echt und nichts anderes ja also ganz wichtig ist zu sehen dass es mir ganz hervorragend dass hier ordentlich gearbeitet wird ja und hier nicht irgendwas blödes erzählt wird nur sondern ich bin 100 prozent self-made mache und das ist richtig so nur das ist korrekt auch nichts anderes also euer arno dübelboss live aus dem cabrio beim stil fachhändler ja also und ja mit neuem spielzeug hier recht mega top und jetzt geht's los also immer alles geben dranbleiben und vollgas euer marcus wenzel mwe unternehmensgruppe leipzig in deutschland arno dübelboss king of us